Flache Sandalen statt hoher Stöckelschuhe, voluminöse Schnitte und gedeckte Farben. Vom Sexsymbol sind Damir Domas Models weit entfernt. In diesen Outfits aus Kaschmir und Seide sollen Frauen sich wohlfühlen. Für seine Show wählte der Designer eine ungewöhnliche Location. Im Pariser Elite-Gymnasium Henri Cantre nahe dem Pantheon wurde die Bibliothek zum Laufsteg. Mit seiner allerersten Kollektion für die Damenwelt hat der erst 28-jährige Modemacher ein wichtiges Ziel erreicht. Ich wusste schon, wo ich hingehen will und bin dann einfach gegangen. Und ich glaube, viele Menschen trauen sich einfach nicht, den Weg zu gehen, den sie vor sich haben. Und viele Menschen haben eben keine Vision, kein Ziel. Und ich glaube, wenn man dieses Ziel mal hat und wenn man es verfolgt, dann ist alles einfach schuld. Es klingt so blöd jetzt, aber es ist tatsächlich alles machbar. Damir Doma ist wohl das, was man einen internationalen Designer nennt. Als Sohn kroatischer Eltern wächst er am Tegernsee in Bayern auf, studiert Mode in München und Berlin und arbeitet im belgischen Antwerpen für die Designer Dirk Schöneberger und Raph Simons. Seit zwei Jahren lebt er jetzt in Paris. Ich glaube, dass man mich in Paris erst mal, ich glaube, wirklich als Mix wahrnimmt, als kroatisch-deutschen Designer mit belgischen Wurzeln. Man nimmt mich einfach als Antwerpener-Designer auch wahr. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so wenig Referenzen in meiner Arbeit gibt, weil ich nicht sagen kann, dass ich mich hundertprozentig zu einer Kultur irgendwie hingezogen fühle. Mit nur 25 Jahren gründet der Designer sein eigenes Label und machte bisher ausschließlich Herrenmode. Das allerdings überaus erfolgreich. Seine avantgardistischen Kreationen werden von der internationalen Modepresse begeistert angenommen und verkaufen sich bestens. Nicht nur in Damir Dommers eigener Boutique in Paris, sondern in zahlreichen Geschäften auf der ganzen Welt. Sein Erfolgsrezept? Ich habe mich noch nie so gefühlt, als müsste ich in die Arbeit gehen. Ich stehe in der Früh auf und mache einfach, wozu ich Lust habe. Und das ist gleich wunderschön und das ist, glaube ich, der einzige Weg, den man eigentlich gehen kann, wenn man sowas macht. Dieser junge Mann ist ein Phänomen. Innerhalb von zwei Jahren hat er es geschafft, in 100 Boutiquen vertreten zu sein. Das ist außergewöhnlich. Er hat etwas, das die anderen nicht haben. Die Modesszene ist gespannt, wie der Shootingstar jetzt die Frauen anziehen will. Der Countdown läuft. Im Backstage-Bereich wird letzte Hand angelegt. Und während sich der Saal langsam füllt, wird auch der sonst so ruhige Damir Dommers langsam nervös. Man merkt natürlich schon, dass bei den Frauen einfach von der Masse einfach auch viel mehr Presse da ist, viel mehr Einkäufer da sind. Alles viel hektischer ist. Schließlich ist es soweit. Das Publikum entdeckt die Damir Dommer-Frau. Von der hat der Designer eine ganz konkrete Vorstellung. Die Frau, die das trägt, ist eine intelligente Frau, eine sehr stolze Frau. Es ging viel um Volumen. Vor allem in den letzten Jahren wurde sehr wenig im Frauenbereich mit Volumen gespielt. Alles ist eigentlich immer sehr körpernah. Und ich glaube, da ist meine Kollektion, sticht da etwas heraus. Ich würde sagen, die Kollektion ist sehr alterslos. Und ich würde sogar sagen, sie ist eher für ältere oder sagen wir so für elegante Frauen. Zumindest das Modenschau-Publikum überzeugt Damir Dommer. Auch bei der Damenmode mit seinem unverwechselbaren Stil. Diese erste Kollektion ist wirklich außerordentlich. Der Designer ist sehr sensibel. Ihm geht es nicht darum, seine Fantasie spielen zu lassen und klischee-mäßig die neuesten Trends zu produzieren. Ich denke, er hat sich viel mehr gedacht. Wenn ich eine Frau wäre, was würde ich gerne anziehen? Wenn Damir Dommer die Männer anzieht, ist seine Mode um einiges sinnlicher als in seiner Frauenkollektion. Sogar ein wenig sexy und farbenfroher als bei den Damen. Man könnte fast sagen, dass seine Frauen sehr maskulin auftreten und seine Männer hingegen eher feminin. Das ist ein interessanter Ansatz, macht seine Mode sehr unisex. Für Insider ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Shootingstar von einem großen Label angeheuert wird. Das ist eine Frage der Zeit, wann der Shootingstar von einem großen Label angeheuert wird.